Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge in dieser Aufnahme-Session am heutigen Tage. Nicht von der Staffel und nicht von dem Let's Play, sondern nur für heute. Das ist unsere achte Folge heute. Das heißt, wir haben es jetzt gleich sieben. Wir sind schon bei gute vier Stunden. Warte. Ja, gute vier Stunden sitzen wir hier schon und nehmen für euch die Folgen auf. Mit dabei sind Heiko, Manu, Miri und Julia. Hallo ihr vier. Hallo. Ja, ich glaube 51. Folge, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das hier. Und ich gucke auf den Berg, wo die Sonne aufgeht und ihr seht es Schnee. Das heißt, wenn ich jetzt weiter rausgehe, es ist mal wieder orsche kalt. Minus fünf? Genau, minus fünf Grad. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin nur vor die Tür gegangen. Mit einer Falle, minus fünf Grad. Ja, das ist das, wovor wir uns jetzt... Wir haben ja, weiß nicht, um die 40 Folgen lang haben wir ja mal geredet davon, wenn der Wind, der kommt... Jetzt versteht auch jeder, warum wir so viel das Thema Jacke und Baumwolle... Ja, genau so sieht das aus. Ja, ohne Jacke, ohne Pullover. Keine Chance. Keine Chance. Alles schon hin. Ja. Das ist das. Hättest du nicht mal mit dem Memorandum? Ja, stimmt. Ja, ja. Da kannst du wirklich von ausgehen, ja. Und das ist das, wovor wir die ganze Zeit geredet haben. Mit ihr dann auch mal so... Das kann ja immer gut heißen, ja, die labern, die labern, die labern. Aber jetzt stecken wir quasi mittendrin. Ja, stimmt. Selbst mit Jacke ist nicht übernehmen gesichert. Nee. Nee, sobald du zu weit oben bist, kannst du es knicken. Wenn im Winter noch besonders kaltes Wetter ist und Schneesturm ist, dann friert man trotz Jacke. Ja. Ja, das ist so. Das Beste ist, wenn du alles an hast, bist du bei minus 8,5 Grad aushaltbar. Manche Tage hast du minus 10 Grad und mehr. Ja. Das schaffst du jetzt mit Rumpel-Montur nicht. Ja, das ist schon heftig. Ja. Wenn du umso höhere Spiegel gerade hast, ist es noch ein bisschen intensiver, das Temperaturvonhalten, dann Nässe und dann kommt noch 5 Grad plus dazu, also nochmal minus. Also das ist richtig heftig. Habt ihr eigentlich alle großen Fische schon rausgeholt hier aus dem See? Oder was? Ich hab nur noch diese kleinen Dinger. Ich hab schon länger nicht mehr geangelt. Geh mal zum Ano, da sind wir noch. Aber das weißen so oft, muss ich sagen. Ich hab schon den dritten jetzt dran. Ich angle auch immer Kieler-Sprotten. Ich brauch was Größeres, ich bin doch so hungrig, mir rutscht dann dauernd das Mieder. Nieder mit dem Mieder. Nieder mit dem Mieder. Nieder mit dem Mieder. Nieder mit dem Mieder. Mach direkt ein Flakat. Ja genau, wir gehen aufs Eis. Wir gehen ja nicht auf die Straße, sondern wir gehen aufs Eis. Wir gehen aufs Eis. Nieder mit dem Mieder. Nieder mit dem Mieder. Oder Kopfschuss. Genau. Kopfschuss, beide Beine weg. Nur Schlachtung. Wie schießt du denn? Wie schießt du? Hallo, aber denken habt ihr das auch nicht, ne? Das habt ihr echt nicht verstanden, oder? Doch, doch, doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der ist doch alt, der Spruch. Ich versuche mir keinen. Ja, ja, zentweise, ne? Kling, kling, kling. Balling. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Nein. Komm, das war das ganze Let's Play über dich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Erna kommt. Und dann haben wir sie wieder alle beisammen. Ja, da sind wir dabei. Und den hatten wir auch noch nicht. Ich habe jetzt einen neuen. Erna kommt. Oh je. Erna kommt wieder mal. Erna kommt. Ja, ja, haben wir ein Hecht. Ein Hecht. Ein echter. Ein echter Hecht. Ein echter Hecht. Und ich habe jetzt den vierten Stichling, oder was ist da dran? Ja, sieht so aus. Nein, ist ein gelber. Und drei brauchst du noch. Hat zwar eine andere Farbe, bringt aber trotzdem nicht mehr. Aber er hat eine andere Farbe. Wenn du jetzt fuhrst, machst du dann eine Stichflamme. Ich habe ja ein anderes Problem. Welches denn? Dass ich jetzt aufstehe und ins Haus renne. Warum? Äh, weil dein Wolf kommt, oder siehst du den nicht? Nein, ich sehe keinen Wolf. Ich auch nicht. Okay, hier läuft gerade ein Dreierwolf bei mir vorbei. Hier ist kein Wolf. Kommt von Ahnung, das würde ich fressen. Okay. Der ist, ähm, der ist, ähm. Obakt. Ja, er ignoriert mich komplett. Dann ist gut. Hat die Laufsucht. Er ignoriert mich. Und Stichling Nummer fünf. Ihr könnt mich mal echt mal gerne haben, langsam. Und zwöl brauchst du noch. Herr Doktor, Herr Doktor, alle ignorieren mich. Der Nächste bitte. Tja, so ist das. Wie war das in dem Stuhlkreis einer? Dann spricht so, ja, ich bin der Ingo und ich werde gemobbt. Und alle anderen so, halt die Fresse, Ingo. Grüß Gott, Grüß Gott. Du Opfer. Genau. So, Fischer appetit. Ach du, noch elf Strom. Du brauchst aber noch elf Trümchen. Ist ja Wahnsinn. Dann müssen wir mal Eisen haben. Wenn meine Pendelns machen. Jetzt kommt die Nummer sechs. Wenn das auch wieder ein Stichling ist, dann gebe ich ihr dran. Nee, eh brauchst du noch. Wir sind weiter. So, guck mal. Tatsächlich, ey. 06. Ja, das ist der sechste. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oh, du hast sechsmal Nahrung. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ey. Ist ja schön und gut, aber dass immer nur die Kleinen kommen. Hm. Das nervt mich dann doch so ein ganz kleines bisschen, ey. Das ist ja auch okay. Wenn viermal ein Stichling kommt, aber dann was groß ist, dann will ich ja nichts sagen. Aber wenn nur die Kleinen kommen, dann werde ich irgendwann gefrustet. Die ganzen schönen Angelschnüre weg. Doch, nicht. Ingefrustet, ne? Jetzt werde ich die alle verspeisen dafür. So, da habt ihr jetzt davon. Da kenne ich jetzt nix. Nicht roh. Doch, Lachs ist so roh. So roh ist. Kann ich, ja, aber ich glaube, die sind ergiebiger, wenn man sie vorher zubereitet, ne? Das stimmt, ja. Wo, nur im letzten Notfall. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Oder Platzmangel. Ja, oder das. Ja, Platz essen. Das kennt man ja in jedem Spiel, ne? Kein Platz im Inventar, was kann ich essen. Mhm. Das stimmt, wirklich. Du hast schon 115 Prozent, aber ich muss. Drei Prozent. Naja, genug Platz im Magen zum Platz essen. So, das ist dein Bestand. Okay. Rotte. So. Oh, nochmal, Baumwollser. Sehen, das ist nicht gut. So, was ist da drin? Was für den Baum machen? Was ist denn so? Na, mein Kollege, was bist du denn für einer? Ach, du Feine, ey. Man kann das nicht sehen, dass es schon ein Level ist. Das nervt mich echt. Baut du eine Brille? Eine? Das... Ja, hört's nicht so hochstecken. Ne, das sieht man wirklich schlecht manchmal. Richtig böse schlecht, ne? Ja. Ja, wenn es die Schrift weiß ist, wenn es Schnee weiß ist, ist es halt, ja. Ja, ja. Da musst du abends mal rausgucken, dann ist es besser. Aber? Hm? Mhm. Abends ist die Schrift schwarz. Dann ist es besser. Schwarz auf schwarz. Ne, weiß auf grün. Ach, weiß auf grün, na. Na, ist ein Level 3er, Elch. Das lass ich die Finger aufhauen. So. Er bringt auch nichts. Vor allem braucht mehr Müll zu und hat nichts mehr. Da muss man testen mal. Level 5, Elch mal schießen. Der auch nicht mehr droppt am Weg. Ähm, ne. Hat er nicht. Haben wir ja. Wie machst du den auf Level 5? Wir haben den doch, ja, da war nicht, oder hatte der mehr Andrina, ich war's nicht mehr. Nein, 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 nein. Hat er nicht mehr, ne? Ich meine auch nicht. Nein, nein, nein. Habt ihr nicht geschaut, das hat er nicht geschaut. Habt ihr nicht geschaut, habt ihr nicht geschaut? Ja, doch, doch. Er wusste ja, der Agrolos sich mit irgendwo beschäftigt, anscheinend. Du. Länger beschäftigt. Ja, jetzt glaube ich, es war ein 6er da und ein 6er Puma. Ach, nicht schön. Das war ein ganz wichtiger Sonnensatz. Er ist auch ein wenig geschrieben. Klasse. Und bei Agos da hinten waren 2 Level 4 Wölfe und 2, 3. Da eben auch hat mich gefressen. Also irgendwann lernt man das doch. Also man hat ja auch eine Lernkurve. Also sollte er auch eine Plattform davon stehen, wo man drauf rennen können. Na super, was muss der damit? Ja, verstehst du nicht? Nix. Ja, na, na, na. Der Moliteil zum Sterben ist, wie irgendwas er macht. Ich schaffte mich nicht, wiebrecht. Ach ja. Ist schon ein bisschen komisch. Das war jetzt auch eine schöne Lokstrukturkiste, die ich hier habe. Das sind die 5. 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 Und noch so ein bisschen dies und das ist, was sich jetzt wirklich gelohnt. Also ich hatte jetzt schon 3 Lokpickisten. Bis auf die 2 Baumwollsamen war da alles nichts Tolles drin. Eigentlich immer nur Bretter und Munition. So eine Handvoll Eigenspitter schon, aber... Also so eine typische Winterkiste meinst du? Ja, da habe ich jetzt 3 Stück. Ich hatte vorhin eine, die war auch nicht... Die war auch Mist, auch gut. Die war jetzt wirklich gut. So, sollen wir da erst mal nach Hause? Dann würden wir mal sehen. Ich wollte dann doch noch zerflückt werden oder so. So, was geht's gut tun? Weil wir jetzt zur Folge, ne? Noch und nur eine. Nein, das ist die letzte. Ah, das ist scheiße. Aber in der Luftfälle. Das ist nicht... Nicht, ich glaube, es ist fast auch nicht. Und wer hat dich gerettet? Ja. 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 Ich lobe dich ja auch, wenn du mich rettest. Ja, das war knapp, also... Na, muss ich immer so. Was war denn Level 3 oder Level 1 oder was war das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe nur drauf geschossen. Muss mal gucken im Video dann. Ja, das sind wir. Da habe ich tatsächlich nicht. Gibt es den kuriosen, der Vogel herkommt? Du musst ja direkt von der Tür lungern haben, der Vogel. Ja, muss ja irgendwie schon. Das ist vom Feuer wohl ganz schön weit. Ja, muss, kann ja nicht anders. Muss das auch gewesen sein, ne? Du sagst schon, wenn du die Tür gut hast. Hallo? Ah, da habe ich noch. Soll ich nur wieder mit dem. Ich glaube, da habe ich auch wieder. Soll ich nur mal denken. Ach du, da ist schon mal. Ich habe den Stall. Mach es tot. Töte! Töte! So, jetzt geh mal noch so rein. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich hab schon wieder einen Wolf vor der Tür, der ganz schön viel Krach macht. Das ist aber nicht nett von ihm. Der will sterben. Ich glaub noch. Eben, der will in deinen Kühlschrank. Nee, ich hab jetzt keine Zeit dafür. Ich muss jetzt hier erstmal... Ja, dann... Bisschen... Wenn er das braucht... Manu hat schon wieder einen Level 3 Wolf vor der Tür, der wartet drauf, dass sie angeln geht, damit er sie fressen kann. Hehehehe Nix da. So, davon... Und... Was brauchen wir? Ich bin keiner direkt einplanen... Ja, schön, schon knurren den guten... Ja, ja, ich bin ja auch in der Nähe. So... Oh, ja, äh... Oh, das war der Tompilz? Ja, der knurrt jetzt nicht mehr. Ja, das würde ich auch denken, ja. Hat sich auch knurrt. Hat sich auch knurrt. Ja. Ja. Wer war denn da so bösartig? Ja, was soll ich denn machen, wenn die Fische nicht beißen? Ach, holt mal Wolfen in den Schattel. Nur um den Strich. Ohne Mampf kein Kampf. Ist nun mal so. Das ist schlecht, halt so. Und hier brauchst du Fülle zu fressen. Nun. Sehr viel. Das stimmt auch. Ja. Ja. Bei den Flares brauchst du mindestens vier, fünf Stütze. Ja. Ja. Fische sind acht. Fische brauchst du irgendwie auf sieben Stücke oder so. Kleine. Ja. Ja. Ja, von den sechs gefangenen Fischen vorhin habe ich fünf direkt verfrankt. Ja. Ja. Wollte eigentlich was angeln, um wieder den Kühlschrank aufzufüllen, aber... Hast du was mit? Hat nur für den Bauch gerecht. Ja. Ja. Tätätätätä. Ja. Ja, Wolfklage. Bin nur ne Kleine. Wolfklage. Wollte nicht klagen. Ähm. Ich schmeiß so viel Fleisch raus, Meri. Ich dachte, du musst da Fleisch raus schmeißen. Ich schmeiß kein Fleisch raus. Du lockst den Wölflammel an. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ich schmeiß kein Fleisch raus. Na, na, na. Wo kommt der her? Genau. Oh, hier hab ich ein Feuer auf dem See gefunden. dann nehme ich mir mal die asche raus wir haben wie weit schießt noch mal die schrothlinz soweit nicht sehr weit gestreut ich brauche ein gewehr hast du gewährlich noch nicht nur ich schießt da mal springen also ein brech ich werde eins machen jetzt aber ich werde jetzt erst mal die panel aus aber jetzt habe ich kann ich habe keine muscheln jetzt noch muscheln tauchen ist mir ein bisschen zu frostig zum aufwerten brauchst du nicht da brauchst du nicht die die blauen da brauchst du nur zwei sehen ein bisschen elektrisch und ein bisschen einbauen und da brauchst du den chip ja ja die nägel können weg das kann ich mache ein plus ist schön 07 du hast du ihn machen 0 3 0 0 3 plus nur einmal hin es ist und ich und weg Nein. So. Du knurrst uns nicht mehr voll. Das habe ich gerade zu dem auch gesagt. Schlacht zu dem wohl. Hat sich wieder einer ausgeknurrt. Irgendwer muss ja, ne? Oh, dann muss er blüten. Ich muss ja noch über den Winter kommen, wenn es mir ja noch mal einen kalten Tag gibt. Von irgendwas muss ich mich ja auch ernähren, ne? Ja, komm mal. Da kommen noch. Letzte sieben. Oh. Jetzt sind wir nicht direkt vor die Haustür legen können, so einen halben Meter daneben. Dann noch vier Völkungen und noch Winternächstes Mal. Das kommt noch da. Und dann kommt der Sommer an, wenn der Völkungen ist. Zum Glück. Boah. Ich bin nicht so fucking. Natürlich. Und mein Loch ist das... Ja, natürlich. Das tut nicht weh. Kenn ich. Keiner, der Klumpf weg. Drehst dich einmal um. Jetzt auf der anderen Seite zu Hause. Du bist schon raus. Jo. Mein Feuer ist, glaube ich, gerade exportiert. Explodiert. Explodiert. Ja, das ist... Da muss ja auch kein Schießpulver reintun, sondern Holz. Ja, ja. Verbesserst du das? Und wenn er so alles so realistisch für dich sagen, ja, aber du musst dir deine Patronen, bevor du auf Yacht gehst im Winter, musst du die ins Feuer legen, damit die warm sind, dann schießen die besser. Ja. Oder für den Umständen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ja. Und dann kann man in den Trümmern von dem Haus, das kann man vielleicht gut finden. Wow. Oh. Schau, sie blöd. 19.00 Uhr Kann er noch nicht sehen, der Kuckuck? Ich war ein Eis auf dem Eis Ich war noch drauf, irgendwann so Kuckuckuckuckuckuckuckpamm Heute gibt's die Kuckuck gerade Kuckucke rum Kuckuck hoch Siree page Wird auch viel verspritelt Oder ... ... ... ... ... Ich mach da meine Falle, ist da noch was drin? Nö ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, es wird bald dunkel, ne? Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, es geht so Präabend. Präabend. Präabend? Ist das eine Erfindung von Sheldon Cooper? Präabend. Zu spät, um es noch Nachmittag zu nennen, aber noch zu früh, um es Abend zu nennen. Okay. Da habe ich schon wieder einen vor der Hütten stehen. Willst du mich veräpfeln? Andere haben Holz vor der Hütten, sie hat Wolf vor der Hütten. Ja. Ja, das ist ein Längere. Sehr viel Wolf. Mhm, das kommt wirklich. Riechen wird es fleisch im Kühlschrank. Lecker, feisch. Ist nur Fisch drin. Nur Fisch. Nur Fisch. Ich glaube, sieben. Stimmt. Mhm. So. Und das ist ein Fisch in meiner Falle. Okay. Wenn wir den ganzen Würfen, kann ich nicht zu meiner Falle trödeln, weißt du? Du sollst doch nicht trödeln. Ja, du sollst recht. Hm. Du sollst ja auch nicht trödeln. Nee, kann ich dich jetzt endlich mal treffen? Doch. So. So. Das ist mein Ziel. Das ist mein normaler Besten. Level 3, ich bin sehr stolz auf dich. Das ist auf dem Eis und Rundtronen. War so ein Vierfuß. Ein Schierfuß. Ja. Wo haben wir denn hier? Da. Mhm. Puh. Schönes Elchbraten. Elchbraten. Ich glaube, ich habe es nicht. Die Elchbraten, hat denn schon jemand überhaupt den Herd? Ja, das wäre ja so. Ja, das ist echt. Ich verkaufe einen. Auflauffaum, auch. Da ist alles da. Pass. Auslauffaum, genau. Bei Moffett? Cool. Da ist da. Ich habe eine große Elchbraten, das ist ja noch ein Stoff für ein bisschen Mauer. Ach Gott. Ich nehme alles mal mit hier. So. Oh, ich habe ja Nahrungs, habe ich ja Nahrungs. Können wir eigentlich mal anhalten, ne? So, dann werde ich mich mal langsam nach Haus bewegen. Hm, dann sind du gut. 9.22. Ja, müssen alle nach Hause. Ja, das stimmt. Aber wir raus müssen. Ja, der Server wird abgeschaltet. Ich möchte ungern bei der nächsten Session irgendwo im Schnee stehen. Am Anfang. Das wäre kontraproduktiv. Am besten im Teich, auf dem Teich auch nicht stehen. Mit Blutbrüfern. Ja, der nächste Session ist ja noch. Wo war er? Ja, bestimmt. Da drin. Ne, aber wenn ich damit rechne, so, ja, hm. Mal einloggen da und dann stehst du irgendwo. Ich mache mir jetzt auch auf den Weg nach Hause. Ja, ich bin zu Hause. Übers Eis. Übers Eis. Ja, in meinem Haus habe ich natürlich nicht mehr weitergebaut, aber das war jetzt auch nicht Prio 1. Ne, für mich war immer Baumwille, Jacke und das war immer wichtig. Ne, ich habe auch gar nichts gemacht am Haus. Ich habe auch nichts am Haus gebaut. Ne, aber ich denke mal so im März geht das dann wieder los, dann baue ich mir das schöner. Ich weiß noch gar nicht wie. Hast du genug Zeit, dir das auszudenken, tatsächlich? So, machen wir noch mal ein bisschen Wasser rein. Da hast du ja genug Zeit, dir das auszudenken. Ich habe endlich wieder Ordnung in meinen Kisten. Ne, das ist wirklich... Schön wär's. Unforzönös. Ich glaube, du musst mal zu mir kommen, dann muss ich umsitzen. Ich habe auch raus. Ordnung, was ist Ordnung in Kisten? Äh, die... Ja, ähm... Wir spielen ja privat, ne? Und Miri und Manu... Die müssen immer... nett sein. Aus Baukisten, ja. Weil ich immer Ordnung halte. Hast du ja auch eine Kiste. Hm, na doch, wir haben tatsächlich nicht eine Einlagerkiste, siehste. Ja, haben wir ja. Da haben wir unsere vielen Kisten, äh, brauchst du eine rechte Navi nicht aus. Och, ich denke, es hat ja noch gar nicht unser neues Zuhause gesehen, Miri. Ja, ich komme nicht da noch. Ach, ich spiele uns mit, muss auch noch die Bäume, ne? Ne, das nicht, das ist auch bei Ace, tatsächlich. Oh, so. Miri war ja nicht da. Und mir ist da nicht mit drin. Warum ist meine Wand angeschlagen? Und war ja, die Bären, ach, nicht, ja, gar keine da. Ja, komm mal. Die waren von Herzen. Ein Elch gejagt vor der Tür, die machen mir auch ganz schön Schaden. Ja, es ist nur die eine Wand, die, die, die eingeschlagen ist, die anderen sind ganz. Hm? Ist das jetzt von der Augen genug, oder? Nicht? Das ist Treppenaufgang, deswegen ist mir das gerade aufgefallen. Oh, da hattest du doch mal ein paar Flatulenzen, als du auf dem Feuer geschlagen hast. Das ist die Vorderseite zum Berg hin, nicht die Hinterseite zum See. Wir sind doch nur auf Spurensuche, Miri. Genau, so sieht es aus. Wir sind doch nur auf Spurensuche. So, die Flaschen nehme ich ins Inventar. Die Asche auch. Habe ich zu draußen die Asche rausgenommen? Ja, habe ich, ne? So, der kann. Ich, aus, ich, möchte ich da oben setzen. Du kommst hier auch mal raus, oder ist die rausgemacht? So. Ich habe jetzt In, 002, aber Out02. Hä? Das ist Plus, Minus. Aber ich habe In, 002. Der Input ist 002. Ja, ist 0,2. Heißt, du verbrauchst mehr, als du reinkriegst. Brauchst du 0,18. Ja, ja. Aber womit verbrauche ich denn jetzt was? Ja, das ist Frühschrank, ne? 20 Wurste. Aber, aber, aber. Aber, aber, nichts, aber Frühschrank. Ja. So, ein Panel aufgewartet. So. Na, ich wollte doch nicht alles in mein Inventar nehmen. Dann war das jetzt die letzte Aktion, meine Lieben. Das war's für heute. Für diese Aufnahme-Session, acht Folgen. Ich war jetzt letzte Session tatsächlich ein bisschen ruhiger. Weil ich auch noch ein bisschen looten gegangen bin. Und, ähm, noch aufgeräumt habe meine Kisten. Ich habe noch eine zusätzliche Kiste gemacht. Und dann habe ich jetzt endlich meine geliebte Ordnung, zumindest ein Teil davon. Ja, super. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Bald können wir das Basteln wieder anfangen. Ich bin noch ein bisschen gehandicapt. Aber das macht nichts. Es ist dusch, es ist kalt. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Übernächste, übernächste, übermorgen. Übernächste. Übermorgen. Genau. Ähm, dann sind wir wieder für euch da. Mit einer neuen, frischen Aufnahme-Session. Ähm, ihr dürft euch unter sämtliche Videos, äh, Kommentare schreiben. Ähm, bezüglich des Spiels, wie auch immer. Und natürlich eure Däumchen nicht vergessen. An euch vier, vielen Dank für diese, doch, nette Session. Ähm, kann ich nicht anders sagen. War sehr abwechslungsreich und sehr, ja, ist viel passiert, ne? Und mit Besuch heute. Ja, ja, mit Besuch. Also war heute doch, obwohl ich gedacht habe, es wird ruhig im Winter, war es doch sehr abwechslungsreich in diesem Sinne. Ja, macht's gut. Ciao und bye, bye. Tschüss. Tschüss.